Hallo liebe Dr. Windows-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Windows 10 FAQ-Video. Heute geht es mal um die Schnellzugriffe. In anderen Videos haben wir die schon mal gesehen. Und zwar zeige ich euch direkt mal, was ich meine. Wenn ihr den Explorer öffnet, ist als Standard eingestellt, dass hier oben Schnellzugriff angezeigt wird, also als Standard geöffnet wird. Und hier habt ihr jetzt eure häufig verwendeten Ordner. Ich zum Beispiel habe hier noch die Ansicht, zusätzliche Laufwerke anzuzeigen. Darüber haben wir auch ein Video gemacht. Und ihr werdet hier unten sehen, dass es jetzt hier zuletzt verwendete Dateien gibt. Also hier wird euch angezeigt, an welchen Dateien ihr zuletzt gearbeitet habt. Das ist auch wirklich ein praktisches Feature, was ich selber sehr häufig nutze. Und ihr könnt dann zum Beispiel hier sehen, hier sind Dateien von anderen FAQ-Videos, die ich einfach gemacht habe. Und so brauche ich nicht lange suchen, sondern weiß, da kann ich nochmal auf ein Bild zugreifen oder auf das letzte Video und da nochmal vielleicht was nachbearbeiten. Also das ist wirklich praktisch, wenn man es haben möchte. Ich zeige euch jetzt, wie ihr eure Schnellzugriffe erweitern könnt. Also ich habe mir zum Beispiel hier Dr. Windows TV als Ordner als Schnellzugriff gemacht. Und ihr erkennt das daran, dass hier ein kleiner Pin ist. Das seht ihr auch hier an der Seite. Das sind alles Ordner, die jetzt zum Schnellzugriff hinzugefügt wurden. Und wenn ihr das auch machen wollt, wenn ihr einen Ordner hinzufügen wollt, dann geht das ganz einfach. Und zwar habe ich hier einfach mal einen Ordner erstellt. Schnellzugriffe anpinnen habe ich den genannt. Und wenn ihr hier mit der rechten Maustaste drauf drückt, dann geht ihr hier einfach an Schnellzugriff anheften. Und schon habt ihr diesen Ordner Schnellzugriffe anpinnen. Hier auch unter Schnellzugriffe. Das heißt, ihr könnt euch hier Ordner zusammenstellen, mit denen ihr oft arbeitet, die aber an verschiedenen Plätzen gespeichert sind. Wenn man jetzt externe Festplatten nutzt, verschiedene Festplatten für verschiedene Projekte, ist das wirklich eine praktische Sache. Okay, das zweite, was ich euch zeigen möchte, ist, ihr könnt hier diese zuletzt verwendeten Dateien ausblenden. Das heißt, wenn ihr das gar nicht haben wollt, dass die angezeigt werden, dann macht ihr das ganz einfach, indem ihr hier auf Ansicht geht, dann auf Optionen, Ordner und Suchoptionen ändern. Und dort findet ihr im Reiter Allgemein ganz unten hier den Punkt Datenschutz. Da können wir jetzt zuletzt verwendete Dateien im Schnellzugriff anzeigen. Da können wir den Haken wegmachen. Und verwendete Ordner, häufig verwendete Ordner im Schnellzugriff anzeigen, können wir auch wegmachen. Oder wir können den ganzen Dateiexplorer-Verlauf löschen. Da klicke ich jetzt auch mal drauf. So, da haben wir jetzt schon die Änderungen gesehen. Zuletzt verwendete Dateien sind jetzt hier komplett weg. Und wenn ich jetzt auf Übernehmen gehe und auf OK, dann sind auch hier ein paar Ordner verschwunden. Denn das sind auch dynamische Ordner, die hinzugefügt werden, die man oft benutzt. Und die sind jetzt auch weg. So, dass wir in dieser Ansicht jetzt, hier steht jetzt nicht angegeben, aber hier oben häufig verwendete Ordner. Da werden jetzt nur noch Ordner angezeigt, die ich selber angepinnt habe. Oder hier Laufwerke, die ich selber angezeigt haben möchte. Alles klar? Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video wieder ein kleines bisschen in die Windows 10 Welt einführen und euch Windows 10 ein bisschen leichter machen. Und wenn euch das gefallen hat, ein Daumen hoch. Darüber freuen wir uns immer. Und dann bis zum nächsten Windows 10 FAQ Video. Euer NoDashPro. Ciao Leute.